Ich glaube, das ist der Spinner da hinten, ne? Ah, ne Priester! Der hätte jetzt erstmal gute Nacht hier. Alter! Ne, Höhlen habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Da ist auch der zweite Höhleneingang ein Dings, ne? Ach, der sah gerade so aus, als würde der noch stehen. Ja, hier ist nichts mehr. Das war da, das war ich, ja. Da sind sie. Gift-Schwing. Weder Gleit noch Glut. Einfach Gift. Hier geht's nicht weiter. Ich würde mal gerne so einen Wegpunkt finden, aber... Ah, da hinten. Blup. Und jetzt kann ich auch mal Bescheid sagen, dass der Typ eigentlich matschig ist. Es schimmelt wahrscheinlich schon was. Schaden, driss. Aber nicht so geil. Hab ich jetzt gar nicht geguckt, warum das Ding ein Kreuz hatte. Ja, bitte, 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 bitte. So. Was für Erfahrungen brauch ich denn? Zur nächsten Stufe noch 6.750. Gar nicht so viel. Okay, jetzt soll ich die... Die... ...Leutnants... ...von dem... ...Schenks... ...Schenks... ...Killen... ...Killen... ...Schutzdächer und vielleicht neue Kleidung nähen, ne? Stoff. Okay. Da muss ich aber hier... ...Borwich Hafen, war das, ne? ...Pup, Pup, 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 Pup... ...Pup, Pup, 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 Pup. Elsa, Schneiderin. Ähm... War vor dem Grimm-Dorn, Schneiderin. Wenn du ihr etwas Stoff bringst, wird die neue Decken und Schutzdächer für die Überlebenden nähen. Im verlassenen Hafengebiet in Burwich nach Stoff zu suchen. Mach ich das erstmal. Kann ich erstmal in das alte Gebiet wieder? ... Weil deswegen, den Hafen hat sich auch gar nicht richtig erkundet. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wofür diese ganzen Flächen hier sind, die brauche ich gar nicht. Da oben ist das Hafengebiet, glaube ich, ne? Ich kille aber die ganzen Printen jetzt hier nicht, oder? 17. Bringen mir noch gar keine Erfahrung, oder? Oh doch. Mehr als gedacht. Komm! Und die machen noch mehr Schaden als gedacht. Er legt mich doch am Arsch, die waren doch vorher nicht so hart. Außerdem ist euer Chef tot. Wird mal aufzuleben. Geier. Irgendwo hier. Das ganze ist das Hafengebiet, ne? Okay. Ah. Wurde hier schon markiert auf der Karte. Na, stirb ich schon. Das Gift allein reicht schon, um die zu killen, ne? Oh. So, lang machen sie danach nicht mehr. Komm. Top. Vergift ich damit auch? Null. Das war's schon. Aber die Quest wurde mir ja so erstmal nicht angezeigt, oder? Ich war schon... ...overleveled. Ui, jetzt wird das hier sogar noch schicker. Geil. Gibt's noch mehr? Aktuell nicht, wa? Gut, dann kann ich mit... ...Finde Elsa weitermachen. Wupp, 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 wupp. Ähm... Okay, finde ich bei den anderen. Bei den Gesetzlosen. Okay, in den Minen unter Four Hills. Ich sprich mit Quaid beim Roverlager in Old Arcovia. Four... ...Four Hills in Arcovia, okay. Okay, 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 okay. ...Four Hills in Old Arcovia. ...Gramding Watch. Broken Hills. Four Hills. Old Arcovia. Wo sind die... ...die Minen unter Four Hills? Oder ist das ein U, kann auch ein U sein. Und es ist wieder vier Berge. Startenmein. Wo muss ich nicht hin? Äh... 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 Okay, die haben auf den Vorhills eine provisorische Festung errichtet. Die soll ich aushebeln. Dann sind das nicht Minen, sondern Mauern. Okay. Macht irgendwie grad mehr Sinn. Also ab nach Norden. Da ist noch einer. Ja, da war eine Mega-Gang. Hab jetzt schon 50 Leute von seiner Gang umgebracht. Vielleicht erklärt der Typ mir, wie man die Scheine weckriegt. Ja, da war eine Mega-Gang. Was ist das ein Geist? Eine Sprengstelle. Er braucht irgendwann mal Dynamit. Was ist das? In die Mine will ich nicht. Bang, 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 bang. Sucht euch Nobby. Die Spinner, Alter. Die halten auch voll viel aus. So, ich brauche noch mal eine Essensration, wa? Ja, füllt diese komische... ...die gelben Schimmer auf meiner Lebensleiste wieder auf. Ja, gut. Hier oben geht's nicht weiter. Ja, gut. Hier oben geht's nicht weiter. Ah, Dynamit. Geil. Ob ich das jetzt einfach sammeln musste, damit ich da weiterkomme? Hier unten muss ich hin, ne? Ja. Kabam! Doch, die kamen doch selber gar nicht da durch. Wer baut eine Barriere, wo man selber nicht mehr durchkommt? Felsenküste. Okay, ich... Woah. Jetzt sind wieder die... ...spinnerfiecher hier. Ja, ist nicht... ...ist nicht... okay, komm. Jetzt ist er verreckt am Gift, wa? Also, vor den Steinviechern hab ich echt Angst. Die hauen richtig rein. Wenn das schon die Felsenküste ist, dann könnten da noch von oben mehr kommen. Oh, nein. Nicht sich die Krepel an, bitte. Dann lieber die Fernkämpfer, die nur einmal kommen. Einfach mal mitten reingestellt, die schwachen ausgesiebt und der Rest wird auch mal nachgeschlagen. Und das Skeletter unten kam Yomo. Geil. Die Nester.